Herzlich willkommen zum vorletzten E-Mobility-Update des Jahres. Heute ist Dienstag, der 21. Dezember und das sind heute unsere Themen. Ingolstadt wird 2028 zum Elektroautowerk, zweite Deutschlandnetzausschreibung, NIO stellt kleinere E-Limousine ET5 vor, Audi Charging Hub in Nürnberg eröffnet und 500 Ladepunkte für Duisburg. Das Audi-Stammwerk in Ingolstadt wird ab 2028 nur noch Elektroautos produzieren. Dafür wird wohl auch der elektrische A6-Nachfolger nicht mehr in Neckarsulm, sondern im Stammwerk gebaut. Wie ambitioniert dieser Zeitplan ist, zeigt der Blick auf die bisher in Ingolstadt gebauten batterieelektrischen Modelle von Audi. Es gibt schlichtweg keine. Schon in drei Jahren soll dagegen die Hälfte aller in Ingolstadt gebauten Fahrzeuge voll elektrisch sein. Und ab 2028 laufen in Ingolstadt dann nur noch Elektroautos vom Band. Das sagte eine Audi-Sprecherin gegenüber dem Spiegel. Das erste in Ingolstadt produzierte Modell wird der Q6 e-tron sein, von dem bereits erste Vorserien-Exemplare gebaut werden und der 2023 in Serie gehen soll. Der Q6 e-tron basiert auf der neuen Plattform PPE, auf der Porsche parallel den elektrischen Macan-Nachfolger einführen wird. Anschließend kommt das elektrische Nachfolgemodell des A6 nach Ingolstadt, so die Sprecherin weiter. Das überrascht, weil der aktuelle A6 im Audi-Werk Neckars-Ulm in Baden-Württemberg produziert. Daher war vermutet worden, dass auch die Elektro-Version dort vom Band laufen wird. Die Fertigung in Ingolstadt ergibt aber Sinn. Im Stammwerk werden für den Q6 e-tron bereits Produktionslinien für die PPE umgerüstet. Diese könnte auch der elektrische A6 nutzen, den die Sprecherin als E6 bezeichnete. Bis 2029 folgen die elektrischen Nachfolger der heute in Ingolstadt hergestellten Verbrenner A3 und A4. Der zweite Teil der Ausschreibung zum Deutschlandnetz ist gestartet. Nach der im Oktober veröffentlichten ersten Runde für regionale HPC-Ladeparks jenseits von Autobahnen geht es nun um 200 Schnellladestandorte an unbewirtschafteten Rastanlagen entlang der Bundesautobahnen. Deren Errichtung und Betrieb wird in sechs bundesweiten Losen mit jeweils 32 bis 34 Standorten vergeben. Pro Los sollen zwischen 140 und 166 Schnellladepunkte entstehen, also im Schnitt rund fünf pro Ladepark. Damit dürfte der Großteil der Autobahnstandorte einen Ladepark der Größe S mit vier Ladepunkten erhalten. Gesetzt sind CCS-Ladepunkte, die den Vorgaben des Mess- und Eichrechts sowie der Ladesäulenverordnung entsprechen. Zudem sollen je Ladepunkt sowohl bei 920 Volt als auch bei 400 Volt 200 kW Nennladeleistung möglich sein. Interessierte Unternehmen können bis zum 25. Januar 2022 entsprechende Teilnahmeanträge einreichen. Für die Regionallose ist die Frist bereits abgelaufen. Dabei sind mehr als 400 Teilnahmeanträge eingegangen. Obwohl die Ausschreibung der Autobahnlose nun erst einige Monate nach den Regionallosen gestartet ist, könnten deren Zuschläge schneller erteilt werden. Hintergrund ist, dass die Grundstücke an den Rastanlagen bereits in der Hand des Staates sind. Bleiben also nur noch Netzanschluss und Layout als Herausforderungen. Der chinesische Elektroautohersteller Nio hat seine neue Mittelklasse-Limousine vorgestellt. Mit der größten Batterieoption soll die Reichweite bei mehr als 1000 Kilometern im chinesischen CLTC-Test liegen. Die Premiere fand im Rahmen des Nio Day statt, welche der Hersteller sonst meist zwischen den Jahren veranstaltet hatte. Beim Design überrascht der ET5 nicht. Er folgt dem bereits bekannten ET7. Nio betont allerdings die sportlichere Ausrichtung der kleineren Limousine, die uns durchaus an Teslas Model 3 erinnert. Unter anderem sollen die muskulösen Kotflügel vom Sportwagen EP9 inspiriert sein. Der Nio ET5 bietet mit seinen zwei E-Motoren in Summe 360 kW Leistung. Dank 700 Nm Drehmoment soll der Wagen in 4,3 Sekunden auf 100 kmh beschleunigen können. Bei der Batterie bietet Nio gleich drei Optionen. Standard, Long Range und Ultra Long Range. Das bedeutet in Batteriekapazität 75, 100 oder 150 kWh. Damit erreicht der ET5 nach dem chinesischen Standard CLTC-Reichweiten von 550, 700 oder sogar 1000 km. Diese Werte sind im Alltag allerdings nicht zu erreichen. Zur Ladeleistung macht Nio keine Angaben, zumindest bei den chinesischen Modellen dürften sie kaum über 110 kW liegen. Die Auslieferungen an chinesische Kunden werden voraussichtlich im September 2022 beginnen. Die Preise in China starten bei 328.000 Yuan vor Abzug von Subventionen. Das sind umgerechnet etwa 45.000 Euro. Am Messegelände in Nürnberg hat nun der erste Audi Charging Hub seinen Betrieb aufgenommen. Für Kunden ist er ab dem 23. Dezember geöffnet. Mit dem Pilotstandort erprobt Audi sein neues Schnellladekonzept mit reservierbaren High-Power-Charging-Ladeplätzen erstmals in der Praxis. Der Standort verfügt wie angekündigt über sechs reservierbare HPC-Anschlüsse, die Ladeleistungen von bis zu 320 kW ermöglichen. Um den Netzanschluss zu entlasten, verfügt das Charging Hub über einen stationären Batteriespeicher. Die Besonderheit? Als Stromspeicher fungieren gebrauchte und aufbereitete Lithium-Ionen-Batterien, sogenannte Second-Life-Batterien. Diese stammen aus zerlegten Entwicklungsfahrzeugen. Dank dieser Speichereinheit, die in Nürnberg auf 2,45 MWh Energiegehalt kommt, beträgt die Anschlussleistung nur 200 kW an das ohnehin verfügbare Niederspannungsnetz. Damit liegt die gesamte Anschlussleistung unter der Leistung eines einzelnen Ladepunkts. Lädt etwa ein Audi e-tron GT mit bis zu 270 kW am Charging Hub, muss auf jeden Fall Strom aus der Batterie kommen, um die maximale Ladeleistung zu erreichen. Als Basis für den Audi Charging Hub dienen sogenannte Cubes. Die flexiblen Containerwürfel lassen sich in wenigen Tagen auf bestehenden Flächen auf- und wieder abbauen. Der Launch-Bereich befindet sich im ersten Stock über den Ladeplätzen. In Nürnberg warten gleich 200 Quadratmeter auf die Audi-Kundschaft. Nutzer von Fremdmarken, die ebenfalls am Audi Charging Hub laden können, dürfen sich nur im Eingangsbereich aufhalten. Im Stadtgebiet von Duisburg sollen bis zum Jahr 2025 zusätzlich mehr als 500 öffentliche Ladepunkte für Elektroautos entstehen. Die Stadtwerke Duisburg hatten in einer Studie untersucht, wie sich der lokale Bedarf an Ladeinfrastruktur in den kommenden Jahren entwickelt. Dabei wurde ein Bedarf von 516 öffentlichen Ladepunkten für das Jahr 2025 ermittelt. Im nächsten Schritt legen die Stadtwerke und die Stadt Duisburg jetzt in enger Abstimmung die konkreten Standorte für den Ladesäulenausbau fest. Im Anschluss sind die Finanzierung sowie die Fördermöglichkeiten zu klären. Das prognostizierte Investitionsvolumen bis 2025 liegt für die rund 500 öffentlichen Ladepunkte bei bis zu 8 Millionen Euro. Insgesamt hat die Studie einen Bedarf von rund 9200 Ladepunkten in der Stadt ermittelt. Davon sind aber 7660 private Ladepunkte wie etwa Wallboxen. Zu diesen rund 80 Prozent werden 560 Ladepunkte oder 8 Prozent bei Unternehmen addiert. Genauso wie 440 Ladepunkte oder 5 Prozent im halböffentlichen Bereich, etwa an Supermärkten. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Dienstag. Wir melden uns morgen nochmal mit den News und Highlights der Elektromobilität zurück. Bis dann!